TURN DOWN FOR ONE zum ersten Team Meeting in welchem diskutiert wurde, was nun die Belohnung sein sollte Nach 15 Minuten Stille kam ein Mitarbeiter und meinte, dass viele Menschen Kuchen mögen und so haben sie als Belohnung ein Kuchen eingebaut Ich habe mir gerade überlegt, die Leute mögen ein Stück Kuchen Magst du Kuchen? Ich nicht so Mit dir Kuchen? Wir mögen Kuchen Also du machst schon keinen Kuchen, Alter Wir machen die Fahrtjahr mit Kuchen In Castlevania, Lords of Shadow, kann man ein Skelett finden, das Luigi sein soll bei dem ihm eine Nachricht liegt, die zu Mario geht Mario geht Ja Ob ich... Boah, ja Deutsche Schwerge Ob ihr es glaubt oder nicht, in Portal 2 sollten ursprünglich keine Portale vorhanden sein Ich weiß das Scheißbild an Portal 2, Mann Ich weiß nicht, Junge Super Mario Bros. wurde in Japan an einem Freitag den 13. veröffentlicht Die Superpilze aus Super Mario basieren auf dem Amanita Muscaria, zu deutsch Friedenpilz Diese Pilze sehen identisch aus wie die Superpilze aus Super Mario und geben einem zusätzlich noch das Gefühl, man würde wachsen und übermenschliche Fähigkeiten haben Der Parashar Universal wollte Crash Bandicoot eigentlich umbenennen Aber bei Naughty Dog droht sie die Produktion einzustellen, haben sie es dann gelassen und wir kennen Crash Bandicoot als Crash Bandicoot Das finde ich auch gut zu den Namen Geht das wieder los? Oh Ich kann nicht sagen Ich kann nicht sagen Der Hauptprotagonist auszuspielen Sora Der Hauptprotagonist ausgebendem Part sollte eigentlich halb Mensch halb Löwe sein und statt einer der Schlüsselerzwaffe sollte er eine Kentensäge haben In Kapitel 4 von Alice Madness Returns kann man einen großen Companion Queue finden Der Rekord im Tastenschnelldrücken liegt bei unglaublichen 16x pro Sekunde und wurde von einem Japaner Das machst du ein scheiß Foto, Mann Guck, das war ein screenshot Der Rekord im Tastenschnelldrücken liegt bei unglaublichen 16x pro Sekunde und wurde wieder nach sonst von einem Japaner aufgestellt Wenn man in Banjo-Kazooie dreimal einen Cheatcode eingebt, dann kommt Bounty der Wichser und löscht euch einfach euer Speicherdetail Jetzt kommt ein wirklich unnötiges Easter Egg, denn in allen Handheld-Spielen von Rare wurde dieselbe schlecht gezeichnete Kuh versteckt Die haben da einfach eine Kuh reingebaut In jedes Spiel Ist das cool? Ja, aber nicht schlecht gezeichnet Noch cooler? Es ist noch cooler Scheiße Bleibt man im Spiel Knuckles K.O. und jetzt eine Minute lang stehen, dem kommt Metal Sonic und greift einen ab Die Startbild-Stirmmusik in The Legend of Zelda Ocarina of Time ist dieselbe wie in Super Mario Bros. 3 Das Bild von Smogrel aus dem Spiel Pokémon Rot und Blau ist falsch, denn der Totenkopf fällt sicher über dem Gesicht anstatt unterhalb des Gesichtes Bei God of War auf der Playstation 2 kommen am Ende zwei Statuen Wenn man sie erstmal schlägt, passiert nichts, aber wenn man sie zwischen 2 und 400 Mal schlägt, dann gehen sie zu Brücken Und es kommt sowas wie eine verschlüsselte Telefonnummer Wenn man diese Telefonnummer entschlüsselt und ruft dort an, kommt ein Gespräch zwischen Kratos und David Jeff, ein Hersteller des Spiels Und am Ende killt Kratos David Jeff Also das ist ein richtig geiler durchdachter Easter Egg Die Nummer werden wir euch hier jetzt einblenden Da könnt ihr euch ja selbst dort mal anrufen Stell dir vor, ob ihr sie nicht auf Google Nein, bin ich schon So Leute, das war's auch schon wieder Ich hoffe euch hat es gefallen, wenn ja, dann hast du auch eine positive Bewertung da und teilt es Oder auch eine negative, nicht schlimm Aber du zahlst schon, schreibt was in den Kommentaren Und teilt euch dieses Video auf Facebook, wenn ihr auch wollt, dass eure Freunde seht Wer richtig krass ist Und dann bis in zwei Wochen Bis Montag Bis Montag